hallo meine leute und herzlich willkommen zu diesem video ja es ist jetzt ein weilchen her dass ihr von mir ein video gesehen habt und ja jetzt heute der erste februar da ist es soweit endlich geht es wieder auf dem kanal hier weiter ja ich habe ein bisschen nachgedacht was ich so machen könnte und wenn eigentlich zum schluss gekommen sehr viel werde ich eigentlich gar nicht ändern ich werde es so machen dass ich jetzt erstmal hauptsächlich ganz viele let's angespielt mache und auch ja ich sag mal noch ein paar let's play projekte es wird jetzt zum beispiel als letzt angespielt wird der vision geben es wird greff geben es wird miscreated geben und ja noch ein paar andere projekte habe ich auch schon in der hinterhand die ich definitiv anspielen werde dann werde ich eine mini let's play damals nur die kampagne zu warms ultimate mail machen es wird auch bald wieder ältere projekte hier auf dem kanal stattfinden beziehungsweise alte projekte werden wieder quasi neu angefangen dazu gehören dann zum beispiel arma altes life und es wird auch project cars wieder weiter geführt und ja ja ich schau mal geht ja online könnte auch sein dass das wieder dran kommt und ja ich hoffe dass euch das auch so gefallen wird und bin mal gespannt ich hoffe dass dann auch die aufrufzahlen dann endlich wieder hoch gehen und auch vielleicht die abos dann auch hoch gehen ich habe mir nämlich auch gedacht dass ich vielleicht ein oder alle zwei monate auch so eine art highlight video macht da werde ich dann sagen wir mal so ein paar highlights von dem einen oder anderen spiel zusammenschneiden ich sag mal dann machen wir einmal eine highlight folge arma wo ich dann so fails oder coole aktionen und sowas zeige dann könnten wir das auch bei greff oder miscreated oder der division muss ich mal schauen mal abwarten auf jeden fall habe ich jetzt auch wieder richtig richtig bock darauf wieder videos zu machen da ich ja ich sag mal in der letzten zeit doch ein bisschen die schnauze voll hatte weil es meinen youtube einem da öfters mal strich durch die rechnung macht man kaum aufrufe hat und dann nicht weiß ist das überhaupt das richtige was ich da überhaupt macht oder soll ich das lieber sein lassen lieber was anderes machen aber naja wie gesagt ich hatte jetzt auf einmal wieder richtig richtig laune darauf wieder youtube videos zu machen und ja werde das auch wieder regelmäßig machen wieder dreimal in der woche so wie es damals bei mir auch schon war montags mittwochs und freitags und ich sage mal diese highlight folgen die könnten wir dann vielleicht am wochenende samstags oder sonntags machen da habe ich allerdings in der richtung noch kein festen plan weil da muss ja erstmal auch was zusammenkommen ja zu den angespielt projekten da habe ich schon einiges aufgenommen da könnt ihr euch auf jeden fall auch auf ein paar coole sachen einstellen was ich besonders richtig feier bisher ist der division ich bin mal gespannt wie es so weitergehen wird ich habe jetzt bisher so zwei drei folgen circa aufgenommen werden auch noch ein paar andere folgen kommen und ja hoffe auf jeden fall dass euch das auch gefallen wird und ja wünsche euch dann auch weiterhin viel spaß hier auf dem kanal und ja wird sagen wir hören und sehen uns dann beim nächsten mal leute haut rein